Ein herzliches Grüß Gott aus dem Studio von Kirche in Not in München. Die katholische Presseschau hat es auch ins neue Jahr geschafft. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für 2020. Der Dauerbrenner, Synodaler Weg, steigende Diskriminierung von Christen in Europa, Päpste im Film und die Frage, wie anders darf katholische Jugendarbeit sein, das sind heute unsere Themen. Einzuordnen hilft Sie mir, der Chefredakteur der Catholic News Agency Deutschland, Anjan Christoph Wimmer. Lieber Herr Wimmer, schön, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen. Dankeschön. Nun hat er also offiziell begonnen, der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Am 1. Advent wurden in den Bischofskirchen Synodenkerzen entzündet. Es gibt jetzt ein Gebet für den Synodalen Weg, eine eigene Homepage und die Teilnehmerliste mit 227 Namen. Und natürlich die Agenda. Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, Sexualmoral, priesterliche Lebensform und Rolle der Frau. Nun wird zwei Jahre diskutiert. Die SPD-Politikerin und Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Karin Kortmann, erwartet vom Synodalen Weg entscheidende Veränderungen. Das sagte sie im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Einwenden, dass die katholische Kirche in Deutschland nichts beschließen könne, was dem weltkirchlichen Lehramt zuwiderläuft, entgegnet Kortmann. Wenn das katholische Haus in Deutschland brennt, schreibe ich keinen Brief nach Rom und frage nach dem Feuerlöscher. Von den heißen Eisen zum Glutkern der Reformdebatte führt die Analyse von Professorin Barbara Gerl-Falkowitz in der katholischen Wochenzeitung die Tagespost. Der Religionsphilosophin zufolge werfen die postulierten Reformen die Frage nach der Wahrheit der katholischen Lehre und Verkündigung auf. Und so findet man auch im theologischen Umfeld synodaler Wegbereiter erstaunliche Sätze. Es gebe keine objektive Wahrheit, denn diese sei fremdbestimmt. Vielmehr sei Wahrheit autonom, einzig, dem Ich überantwortet. Das zeigt eine beklagenswerte Unkenntnis des Sachverhalts. Wahrheit ist kein Gegenstand, sondern ein Verhältnis. Herr Wimmer, ein anspruchsvoller Text, aber dahinter steckt doch die Frage, etwas salopp formuliert, woher weiß die Kirche in Deutschland eigentlich, was Gott will? Ja, hoffentlich aus den gleichen Quellen wie die Katholiken weltweit, von denen die Deutschen ja nur ein ganz kleiner Bruchteil sind. Die Heilige Schrift, die Tradition und natürlich das Magisterium der Kirche. Von vielen Themen beim synodalen Weg wird ja auf eine sehr politische Art und Weise gesprochen. Andererseits gibt es zwar geistliche Aufbrüche, aber auch die treiben die Menschen nicht in Scharen zurück in die Kirche. Wie kann da ein Ausgleich gefunden werden zwischen Gestaltungswillen und geistlicher Gestalt der Kirche? Genau die gleiche Frage durfte ich einmal diesem großen britischen Intellektuellen Sir Roger Scruton, einen Philosoph, stellen, der kurz und knapp geantwortet hat, typisch britisch, die Aufgabe der Kirche ist es, das Evangelium zu verkünden und den Glauben zu verteidigen. Nun sind sich ja Befürworter, Gegner, Kritiker des Reformwegs in einem einig. Die Kirche in Deutschland ist in der Krise. Sehen Sie auch Chancen, wenn die jetzt alle zwei Jahre lang sozusagen an einem Tisch sitzen? Indirekt wie direkt gibt es auf jeden Fall Chancen. Überall da, wo redlich um den Glauben gerungen wird und um den sollte es eigentlich gehen. Wie es dann mit den Einzelheiten aussieht, das müssen wir genau beobachten. Von einer Krise anderer Art berichtet eine Untersuchung der Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen. Sie dokumentiert Anfeindungen und Übergriffe auf Christen, mitten in Europa. Die Vorfälle reichen von Schmierereien an Kirchengebäuden bis zu Repressalien oder beruflicher Benachteiligung. Insgesamt dokumentiert die Studie 325 Vorfälle, Tendenz steigend. Christen im Fadenkreuz kommentiert Marco Galina für die Tagespost und fordert einen neuen Fokus der Debatte. Das Christentum ist selbst zu einer Minderheit geworden. Es ist die einzige Minderheit, die sich nicht darauf berufen darf, diskriminiert zu werden. Dabei ist es längst Zeit, nach der Islamophobie endlich über Christophobie zu reden. Herr Wimmer, auffällig ist, dass es diese Studie zur Diskriminierung von Christen in Europa kaum in die großen Leitmedien geschafft hat. Warum tut sich die Öffentlichkeit so schwer mit dem Thema Intoleranz gegen Christen? Das liegt, glaube ich, an drei Gründen. Aber die wichtigsten sind die eigene Säkularisierung, das Unbehagen, wie die Form von Religiosität, die auf den eigenen Wurzeln beruht. Aber zuletzt und nicht zuletzt auch am Verhalten der Kirche selbst. Kritiker unterstellen ja unter diesem Terminus, Christenfeindlichkeit würde einfach zu viel in einen Topf geworfen. Schmierereien an Kirchen können auch sogenannte dumme Jungenstreiche sein. Politisch aktive Christen würden berechtigte Kritik an ihren Positionen mit Anfeindung verwechseln. Was erwidern Sie darauf? Die Frage sollte man Sie vielleicht stellen mit Blick auf andere Religionen. Wenn solche Vorfälle gegen Synagogen, gegen Juden verübt werden, ist das dann auch ein dummer Jungenstreich? Wintertage eignen sich gut für Kino- oder Fernsehabende. Warum nicht das neue Jahr mit zwei Päpsten beginnen? Die zwei Päpste ist der neue Spielfilm, der im Kino und auf dem Videoportal Netflix läuft. Er hat für Furore gesorgt. Nicht nur, weil US-Star Anthony Hopkins Papst Benedikt XVI. verkörpert. Sondern auch, weil der Film Kardinal Bergoglio, den späteren Papst Franziskus, und seinen Vorgänger Benedikt als gegensätzliches Paar inszeniert, die viel kirchenpolitisches und menschliches trennt und eines eint, die Liebe zu Gott und zur Kirche. Viel Fiktion in einer frei erfundenen Handlung oder auch ein Körnchen Wahrheit? Evelyn Finger sieht in der Wochenzeitung Die Zeit, die Meisterleistung des Films, vor allem in der Inszenierung von Benedikt XVI., dessen spektakulärste Tat in seinem Rücktritt bestehe. Finger kommentiert, Warum ist der deutsche Filmpapst so sympathisch? Weil er derjenige der beiden Hauptfiguren ist, die die größte Wandlung durchmacht. Anthony Hopkins führt uns Ratzingers Kathasis vor. Einen Typus, der viel zu ernst und zu ängstlich, viel zu traditionsbewusst und zu belesen ist, um eine Revolution zu wagen. Aber dann tut er es doch, ausgerechnet er. Die Tagespost attestiert dem Film hingegen eine verkürzte Sicht des Papsttums. Autor José Garcia erkennt vor allem, was auch vielfach die öffentliche Meinung bestimmt. Unter diesen Voraussetzungen nimmt es nicht Wunder, dass der Spielfilm die Begegnung zwischen Benedikt XVI. und Kardinal Bergoglio auf eine Diskussion zwischen einem Konservativen und einem Progressiven reduziert. Wirft der Papst dem Kardinal vor, einer seiner schärfsten Kritiker gewesen zu sein, so drängt Bergoglio auf Veränderungen. Etwa im Hinblick auf die Rolle der Frau und des Zölibats. Konservativer Benedikt, progressiver Franziskus, die Polarisierung gefällt Medien und Öffentlichkeit. Worin kann Ihrer Meinung nach die Kirche von den zwei Päpsten profitieren? Das ist eine wunderschöne Katastrophe. So das Fazit, wir haben mit den Regisseuren, Hauptdarstellern und Kardinären in den letzten Tagen genau darüber gesprochen. Dieser Film, wunderschön war sehenswert, eine Katastrophe war Geschichtsklitterung von der gröbsten und krudesten Art. Zu lernen, diesen Fehler nicht zu wiederholen, wäre wahrscheinlich die beste Lektion. Was sind denn aus Ihrer Sicht jenseits vom Film die Gründe, warum man Franziskus und Benedikt so oft gegeneinander ausspielt? Das gilt ja durchaus auch in kirchlichen Debatten. Weil sie wie Pferdchen mit den Ideologien besetzt werden, die man möchte gerne reiten sehen, irgendwo hin. Selten entspricht das natürlich der Wahrheit dieser Persönlichkeiten und der Wahrheit des Pontifikates. Mediale Aufmerksamkeit ist auch dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Erzbistum Köln sicher. Er hat eine neue Kampagne gestartet, um Jugendlichen die Kirche schmackhaft zu machen. Die Kampagne arbeitet mit provokativen Slogans wie »Bei uns entscheidet die Demokratie und nicht der Papst«, »Ausschlafen ist meine Sonntagspflicht« oder »Und sie folgten einem leuchtenden Genderstar«. Die Kritik war heftig. Die Catholic News Agency zitiert auf ihrer Homepage den BDKJ-Präses aus Neuss, Pfarrer Norbert Fink. Papst Franziskus wird gerne vom BDKJ zitiert, wenn es um soziale oder ökologische Themen geht, in denen man einer Meinung mit ihm ist. Doch sein Wort wird gemieden, wo er andere Positionen einnimmt, zum Beispiel in der Genderfrage. Der BDKJ sagt sich nicht vom Papst los, da er ihn ab und zu auch mal braucht. Herr Wimmer, altbekanntes Thema, neuer Schauplatz. Was würden Sie dem BDKJ raten, wenn er sich auf Papst Franziskus beruft? Ja, vielleicht mal zu lesen und zuzuhören, was der jetzige Papst Franziskus sagt und vielleicht auch mal ein bisschen noch nachzuschauen, was eigentlich der Glaube, den Sie ja auch vertreten, trotz Kirchensteuer oder mit Kirchensteuer hoffentlich aussagt, zu diesen Fragen, zu denen Sie sich zum Teil ja sehr antagonistisch positionieren. Andererseits, ich hatte großen Spaß dabei, diese Kampagne zu lesen. Es ist schön zu sehen, dass der Glaube doch noch provoziert. Kritiker werden sagen, solche Aktionen sind wir ja vom BDKJ gewohnt. Gleichzeitig vertritt der Verband viele kirchlich engagierte Jugendliche. Jugendliche, jenseits von provokanten Parolen, welche Möglichkeiten der Verständigung sehen Sie? Ich glaube, die Rückkehr zur Basis ist ganz wichtig für beide Seiten. Ähnlich wie beim Zentralrat oder den katholischen Frauenverbänden ist es oft so, dass die Basis nicht unbedingt das glaubt und will und fordert, was von Gremien, Berufskatholiken und anderen Funktionären gleich gefordert wird. Gleichzeitig gibt es da auch Spannungsfelder, die wiederum den Dialog so zubereiten könnten, dass wir vielleicht eine Lösung irgendwo sehen. Mit diesem lösungsorientierten Ausblick sind wir am Ende angelangt. Danke, Herr Wimmer, für die wie immer profunde und knackige Einordnung der Neuigkeiten aus der katholischen Medienlandschaft. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Dabeisein. Das war die erste katholische Presseschau 2020. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Danke und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2015 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Juni, Sharp, 2017 厲害,cyj, und CDU Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. tu. issements. Ioan. ciao.